Guck mal, alle AK. AK? Ja. Ist das nicht MG? Ist doch ne AK da drauf, Mann. Das hab ich ja noch gar nicht gecheckt, also... Ich wusste erst mal die AK sagen. Das sagen wir doch immer, ja. Aber ich hab nie... Also ich dachte, das wär einfach ein höherer Rang und ich den deswegen nicht kenne. Ja, so... Manchmal denk ich mir wirklich so, ey... Das glaubt dir doch auch irgendwann keiner mehr. Ich sag's euch, mein Gehirn ist in letzter Zeit echt verbrannt. Naja... Es war schon mal besser. Es gab schon mal bessere Zeiten. Der Figo-Sexy... Ne, Figo-Draxi. Hasig, Junge. Der mit dem Fümba-Ping, der fuhr hat Sohn, Alter. Aha. Captain Payne. Anale Payne. Ah? Anale Payne. Ah? Ah? Oh, ayo, schwerhörig. Ah, der Fars-Effekt. Neiße Sache. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Och nö, jetzt haben wir hier den Austritt-Simulator. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Ich glaub Flo. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Und er ist aus Trove. Äh. Äh. No, around the world. Follow us now, please. Please, follow us. Around the world? Follow us, follow us. Just follow us. Okay. No flashing. Ach, warum geht dieser auf Toilette? He? Ein Scheiss machen schon wieder. Ja. Go, 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 go. Now we go. Now we go. Now we go. Toilette. Toilette. And then connect door. And then connect door. And then run. Was das so schnell ging. Oh, 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 oh. Ja, du warst grade weg, dann ist sie vorbei gewesen. Als auch. Window. Oder was? ABC hab ich einen. Shot. Nice. Die sind, die sind nicht gut. Die sind nicht gut. Hey, Runde 2, hallo. Alter Junge, guck mal, der Figos hat doch nicht den Server bezahlt. Alter, guck dir mal seinen Ping an. Ui. Digga, ich glaub, der hat dir im Server die Mom gefickt und dann... Der hat noch Schulden beim Server. Ja, irgendwie so. Hat wer Connector? Ja, hat wer. Da ist einer. Mann. Ach, was. Monsteros. Ist nicht so, Isa hat's gejinxt, von wegen, die sind nicht gut. Ja, ist halt echt so, Isa. Boah, die haben wir alle in den Plattenkreis. Jetzt kannst du mir nicht in der zweiten Runde sagen. Ah, ne, doch nicht. We are going to this. Hallo. Alter. Alter. Fuck you, bloß. Hahahaha. Ome! Da war kein, kein Name über dir. Kann ich ja nix hier. Mach mal nicht so. Mocke? Wo sind denn der Typ ist hin? Hey, hallo, plant doch jetzt mal. Mann. Da sah ich mich. Kevin. wir warten vor die wir haben die bombe nicht ist egal wir müssen jetzt einfach nur knallgas geben mit 9 bei dome da im arsch nee das gar nicht dumm ist der captain behalten das ist ja kapital es regnet das rausschneiden können wir in der auszeit machen doch mann du warst doch schon scheiße abstimmung ich weiß nicht wie ich die alter nein toxik toxik doome doome toxik google was war das er hat sich doch von worte erschossen hast du mir nicht zugehört ja ich hab doch geschwenkt aber er hatte ihm nicht zugehört ja wie so eine off-stimme wie bon appétit wie bon appétit hohoho wir kommen rein you're good man toxik seid ihr das oder ist das der gegner mit der negiv das war der gegner und der ist jetzt tot alter waa aber dome star auch junge auch ja minus 80 oder so dome bomb ist party neben der schweiz mess an die hand sei kein eric letzter war oooooh aber ne kelle Ah, der kommt von Long. Weiter runter. Nice. Dick. Fuck yeah. So, ich ranne rein, sterbe und ihr killt den. Da. Schock. Okay. Tonne, Mülltonne. Nicht ihr auch noch sterben. Ja, das kann nicht sein. Warum nörst du gegen mich? Ich dachte du gehst weg, aber nö, du stehst da einfach. Das war mir grad so gut nah. Wow. Ne, da ist schon auf einmal wer im Picken, alter. Ja. Voll klar. Ja. Woher geht das? Toilets. Ach, Schott, ja schon wieder lila. Ja. 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 Hey. Ja. Das war ja. Ja. Oh, Spannende! Hey, Jan! Wie sah es 1 zu 1 so aus, wie der? Das liegt daran, dass ich vielleicht meine Auflösung auf 900 mal 600 habe, oder? Nudelt ein Monster. What? Oh, no! Oh! Ah! Eisen! Nein! Und der ist da oben! Oh, der hat Shot gemollert! Wie schlau! Wie der Ball hat er richtig... Komm, gib meinen Ping hoch! Na! Ja! Ups, verkauft! Scheiße! Geil! Ja, und Draxie wieder mit OneCap! Easy! We're going home! Ich schreibe jetzt auch Is rein, die blöden Wichs! Ach, die sind schon alle geläftet! Alter, Junge, das war aber eine wilde Runde! Dafür gibt es keinen Uprank, weißt du? Hey, Parsec hat wieder einen Fünfer-Ping! Warum habe ich das nicht aufgenommen? Klatschkiste, willst du mich verarschen? Hm, die kriegt man nur noch! Oh! Oh!